hallo ihr lieben und willkommen bei einer neuen folge let's play fallout 76 wenn ihr euch wundert so hey in der letzten folge war sie doch mitten in der pampa und jetzt steht sie schon wieder in den taxi der min drinnen ja liebe leute dieses event das da eigentlich hätte triggern sollen ist ein riesengroßes server event so ungefähr wie die brandbestienkönigin und ich habe bisher keine chance gehabt das irgendwie mitzumachen deswegen konzentrieren wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen aufs questen ich habe hier jetzt das letzte mal als ich zu besuch hier war ein paar quests angekrabbelt genauer gesagt ich habe eine angekrabbelt gehabt das war sogar hier während des let's plays und diese quest heißt tot und taxi der mie und ich muss dafür zu priblos kuriositäten wo auch immer das sein mag gucken wir doch einfach mal was wir da schönes finden ja priblos kuriositäten ja geil wo könnte das jetzt auch scheiße ich sehe hier noch nicht mal irgendwie fest marke auf der karte nur sehr viele event marke okay ist das nie okay wir können uns jetzt mal wieder eine quest suchen ist das schön also zumindest war es nicht in vatoga das finde ich schon mal sehr sympathisch ich gucke noch mal die quest beschreibung an warte mal vermisst die priblos wo haben die denn gewohnt ach somers will okay das sollte man aber hinkriegen also somers will ist jetzt nicht so kompliziert jetzt muss ich nur wieder finden auf dieser karte hoch ach hier priblos kuriositäten okay hier ist somers will dann werde ich mich mal hier zum poseidum unspannwerk begeben in der hoffnung dass ich eine chance habe das zu finden ach ja demnächst gibt es ja schon wieder neues update in dem dann rucksäcke ins spiel reinkommen und eine neue questreihe nämlich die mit den pfadfindern da bin ich schon mal sehr gespannt drauf die werden wir natürlich auch hier im let's play behandeln na klar leute ist doch ehrensache so ein kram darauf habe ich immer bock vor allem neue quest zu spielen macht einfach laune nachdem man das spiel dann schon wirklich in vielen vielen details schon einigermaßen durch hat und ich hatte bisher das gefühl dass euch das auch immer ganz gut gefallen hat insofern machen wir das weiter wenn ihr irgendwelche sonstigen wünsche habt ja sagt mir das bitte immer ich bin darauf sehr gespannt und hallo schön dich zu sehen so was haben wir denn hier schön ist ach wieder lauter hässliche hier kämpfte mo rat gegen verbrannt die ist leider auch schon tot ja so kann es gehen so ich soll ja hier nach dem entsprechenden ort suchen also ich bin jetzt hier offensichtlich gar nicht so kommt woopsa gar nicht so verkehrt bewege ich mich mal in richtung des markers weil irgendwo muss das ja hier sein wobei ich mich an priblos kuriositäten auch kein stück erinnere wenn ich ehrlich bin da ist doch hier irgendwo ein marker jetzt habe ich hier gleich mehrere markern ist es ist wie immer verwirrend durchsuche priblos kuriositäten nach einer weg beschreibung zum jagdlager okay also das muss dann hier irgendwo sein welche bude ist denn das ist das die hier das sieht aber nicht so aus als wäre das irgendwie ein laden oder doch priblos kurios 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 okay also curiosities hat nicht mehr gereicht ach und hier liegt das ding schon gott ich bin ja echt schlecht katalog der kuriositäten gucken wir mal katalog einzigartiger taxidermin also wer sagt das denn bitte taxidermin hat das jemand von euch jemals in gebrauch gehört für mich war das bisher immer so ausgestopfte tiere bockula halb hirsch halb monster bockula ist rache ach du scheiße wir nehmen auch sonderaufträge an ja könig der füchse ist ausverkauft gozilla der spinnenaffe what the fuck okay kann ich das also ich glaube nicht dass es das ist wir haben hier noch ein paar andere sachen die wir angucken können dann nehmen wir doch gleich noch mal ein bisschen die drogen hier mit wollen wir erst mal ein bisschen licht der garten zwerg hier guckt alt guckt so dass wir nichts klauen das sieht hier alles schon so irgendwie voll uncool an was ist das denn hier die beste beste von backlay okay gucken wir mal raiment ich schicke dir eine liste der dinge die ich morgen brauche aber ich wollte dir persönlich sagen was ich gefunden habe was großes das muss es sein ich habe einen toten bären gefunden zerfleischt eine frau in backlay meinte hier oben gibt es ein bleiches monster die bestie hör mal dieses ding wenn das nur halb so verrückt ist wie es klingt ist das eine goldgrube calvin würde unmengen dafür bezahlen raymond das ändert alles wir könnten endlich den laden kaufen oder einen neuen truck holen oder jemanden einstellen okay bitte bring die vorräte zu meinem alten angellager am teich nördlich von backlay da wo ich den zweiköpfigen fisch gefangen habe im truck beim laden müsste eine karte sein die dich zum alten angellager führt komm her und such nach dem lager parke in der nähe meines wagens auf der straße ach und raymond tut mir leid dass ich seit fast zwei wochen unterwegs bin ich weiß es dauert länger als sonst aber ich glaube das ist es wert okay da haben wir hier noch einen brief raymond du musst den fanlois so schnell wie möglich schreiben und ihm mitteilen dass wir an ihrer bestellung arbeiten wir bringen ihnen was das sich lohnt auf jeden fall ich habe calvin vorhin in der stadt gesehen und er wirkte irgendwie durcheinander sonderbar ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll er hatte überhaupt kein interesse an bockula oder godzilla du warst doch mal mit calvin befreundet oder keine ahnung ob er allgemein oder nur mit mir ein problem hat aber du musst versuchen mit ihm zu reden janelle okay haben wir noch ein briefchen eingesteckt aber die wegbeschreibung befindet sich hier hinten auf dem truck in dieser kiste jetzt muss ich die notargeten können müssen wir doch mal drauf springen so karte der lieferroute big rock camp spot okay ja begib dich zum ort der auslieferung back clay wo war dann back clay och shit die karte ist inzwischen so groß dass ich manche orte auch einfach gar nicht mehr im kopf habe war das nicht hier irgendwo leckomio back clay wo war back clay ahahah ich hoffe doch immer noch dass hier irgendwo ein questmarker gibt also wir sind hier summersville das ist servetia satten new river hier oben haben wir natürlich unser freundliches morgentown ist das hier nee das ist monongar pleasant valley oh leck und hier unten sind wir ja schon in der nähe von charleston das ist auch nicht richtig oh wart ach back clay hier blödsinn ah wenn ich jetzt hier nach direkt nach back clay springe dann muss ich hier einmal quer durch ich glaube ich mache das von campton park aus mal wieder durch die gegend springen wir haben ja hier noch nicht genügend ladescreens gesehen liebe leute ladescreens sind toll deswegen sind wir hier bei diesem spiel weil ladescreens geil sind äh nein nicht wirklich wenn ihr selbst fallout 76 spielt wie findet ihr denn momentan die ganzen updates die da kommen also wirklich hier fast jede woche oder alle zwei wochen irgendwas neues was gefällt euch besonders bisher ich bin echt gespannt darauf was ihr mir dazu sagt hinterlasst mir doch einfach mal einen kommentar hier unter dem video ich fände es spannend zu hören wie es euch gefällt also ich muss sagen ich hatte bisher recht viel spaß an den neuen quests aber ich habe an quests generell immer spaß wieso bin ich denn jetzt versteckt huch was ich will auch hier gar nicht questen geh weg ja ja es ist okay macht ihr mal hier ja ja es ist ich will jetzt hier gar nicht kämpfen leute ich bin ganz friedlich ich habe festgestellt ich brauche mal wieder ein bisschen lebensenergie oh jetzt leckt mich doch irgendwo geh weg ach ihr lästigen viecher okay jetzt muss ich dann doch mal wieder irgendwas töten hau mal dir noch auf den kopf du kriegst ja offensichtlich auch nicht genug hier haben wir es jetzt ich will doch hier gar nicht kämpfen mensch leute lasst mich doch einfach in Frieden dann laufe ich auch ganz nett die straße entlang das leben ist schön wir haben uns alle lieb und hier sind schon die nächsten nervigen kackdinger ich sehe das jetzt schon diese komischen chinesischen Bots hier ach lästig ich laufe jetzt einfach weiter macht doch egal macht was ihr wollt ich bin weg hier pfui so Mount Blair und Beckley geradeaus das ist doch mal schön dass wir hier einen Wegweiser haben war ich hier schon mal? irgendwann so vor vor Jahren was ist dann hier? Port Stop ne Bot Stop Bot Stop okay wir brauchen keinen Truck Stop mehr es gibt einen Bot Stop ist auch okay da beschweren wir uns nicht ach ja es ist doch so schön wenn ich mitten in der Nacht hier durch die Landschaft laufen darf muss soll will so begib dich zum Ort der Auslieferung ich frage mich echt was mich dann wieder erwartet wahrscheinlich der nächste nervige Vendigo weil dieses Spiel mir irgendwie so als Zwischenboss in der letzten Zeit an Down Vendigos speziert äh spendiert was ich persönlich nicht so sehr sympathisch finde hier oh der Ort der Auslieferung das ist ja hier schon gleich ah direkt an der Straße hier so ein rostiges äh Ding okay so was haben wir denn hier Schönes oh hier liegt noch Zeug cool Raymonds anfeuernde Rede okay das ist eine lange Fahrt also kann ich es auch proben bevor ich es ihr sage atmen Raymond du schaffst das sie wird dich anhören okay okay also Janelle mein Schatz ich helfe dir das Vieh zu erlegen aber wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen für das Geschäft hm vielleicht sollte ich ihr sagen dass letzten Monat keine der experimentellen Taxidermien verkauft wurde nein das ist fies sie hatte so einen Spaß daran okay okay also wir unterstützen da ich möchte ich möchte dass du weiter deine Kunst machen kannst das zaubert dir immer so ein schönes Lächeln ins Gesicht aber echte Monster zu jagen das ist zu gefährlich wir sind Fallensteller und das meiste bekommen wir von der Straße Calvin Calvin sie kauft uns jeden Monat fast alles ab das ist gutes Geld genug für deine komische Kunst nein sie soll sich nicht schlecht fühlen verdammt okay ich sollte einfach die Käfige abladen und sie suchen ich mache hier viel Wind um nichts wir finden bestimmt eine Lösung okay da wären wir jetzt muss ich die Käfige beim Teich abladen und dann gehe ich zu ihrem Zelt ich schaffe das schon tja ich fürchte mal das ist nicht gut ausgegangen für die beiden so was haben wir hier eine Notiz für Raymond Raymond legt die Vorräte einfach in mein Zelt und warte da laufen nicht herum während du den Köder dabei hast ich bin den Hügel hoch um mir nochmal die Höhle anzusehen ich glaube die Bestie hat Junge gekriegt ich habe sie quieken gehört pass auf dich auf und rühr dich nicht von der Stelle ich bin so bald wie möglich wieder da Janelle okay klingt ja toll also das hier ist dann der der schicke Teich der jetzt auch irgendwie nur noch aus Ruinen besteht und wir gehen dann in Richtung der Höhle weiter ei ei ich habe so leicht doofe Gedanken ganz ehrlich ich ja was ist das denn hier verdorbenes Fleisch okay hier wurde ein Brahmin gefressen ei 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 oh hier ist noch was Smarties Köder okay und hier liegt auch jemand der relativ oh ich würde wetten dass das Raymond ist ach du Scheiße die Leiche eines Mannes umgeben von einer zerfetzten Köderpackung aha ja Raymond du hattest kein schönes Ende es tut mir leid Raymond ach ach Mensch ist das doof aber gut ich meine wir wissen ja sowieso dass die Stories hier selten ein oh leck was ist das denn hier ich möchte das gerne aufnehmen bitte hallo oh die beste von Beckley what the fuck was ist das für ein Viech oh fuck it huch alter treffe ich das Viech überhaupt äh shit hallo ah okay endlich mal ein Treffer hier oh yes was bist du denn für ein hässliches Ding hast du dich schon wieder hochgehalten Mist wie so jetzt aber nicht mehr hi der Witzker puh okay das Problem löse ist Raider Rüstung okay ups oh ich könnte mir meine Armbrust mitnehmen hatte ich bisher noch nicht okay ach je okay finde und untersuche die gute Janelle ja wo ist sie denn wir hatten sie doch hier gerade noch ich würde gerne oh das war aber ein richtig mega großer Wolf kein Wunder dass die da keine große Chance hatte what the fuck Welpe der Bestie oh oh shit da hieß es doch das Viech hat irgendwie Junge ach du fuck wie viele sind das denn ei 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 jetzt mal ne kleine Atombombe war's das jetzt kommt noch jemand vielleicht ihr Ehemann oder so boah leckt mich doch fett hier okay so jetzt kann ich dann hoffentlich dieses Ding hier mal in die Hand nehmen hallo ich würde das gerne aufnehmen warum darf ich das nicht haben ach bitte sei doch jetzt hier nicht sei doch jetzt bitte nicht verbuggt was soll das denn oh shit ich kriege hier nichts dass ich es aufnehmen könnte okay ich nehme mal den Pilz mit vielleicht muss ich den Pilz ernten um an das Ding hier ranzukommen nein shit okay das heißt ich werde nicht erfahren was mit der guten Janelle passiert ist und wir können die Quest doch nicht abschließen ach scheiße ach Leute das ist doch doof tja hm also wir haben sie zwar aber das ganze hat jetzt halt nicht so funktioniert wie gedacht leider schade ich hätte jetzt gerne gewusst was genau ihr passiert ist wobei wir es uns natürlich denken können äh merke riesiger Wolf mit ziemlich vielen Welpen die wahrscheinlich relativ hungrig waren plus Fallenstellerin die nicht drauf aufgepasst hat dass das eventuell etwas zu viel sein könnte für sie ach je nicht sehr gesund das ganze tja ich würde mal sagen das war wohl nix schade hätte ich jetzt gerne noch fertig gemacht lass mich das doch aufnehmen scheiße okay tja das ist doch mal lauschig macht jetzt nicht so viel Spaß okay müssen wir womit lieben dass das so nicht geklappt hat ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen auf irgendwas Qualmendes zu um zu gucken was ich da noch schönes finde aber ich denke mal nachdem da noch ein paar mehr vermissten Meldungen waren werde ich in der nächsten Folge da auch noch mal reinschauen ob ich noch irgendwas nettes finde das lohnt sich aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt gerade nicht mehr da noch mal extra zurück zu ups da oh da ist Viechzeug da ist Viechzeug hallo oh hässliche what the fuck woo ihr seid hässlich ihr Viecher ihr seid sehr sehr hässlich niemand mag mole rats vor allem die Seuche boah hässlich so was haben wir denn hier schönes offensichtlich ein Zuhause von irgendwem das dann von Maulwurfsratten irgendwie infiziert wurde was haben wir denn hier oh das ist schön das nehmen wir mit Drogen damit ich auch morgen noch kraftvoll mit Drogen handeln kann oh hier sind noch irgendwelche Leute wird gerade ordentlich gefightet ah nach Treffen sollte man auch alter irgendwie hau ich hier hauptsächlich daneben geh einfach weg niemand mag dich oh der hat atomaren Abfall dabei den nehme ich gleich mal mit kann man immer brauchen und hier könnte ich mir rein theoretisch nochmal einen Silo Charlie Code Abschnitt einpacken will ich aber nicht ich will hier keine Atombomben durch die Gegend werfen ich finde die schon eklig genug wenn irgendwelche anderen Leute die rumwerfen oh hier war mein Shop wie es aussieht oh Kronkorken nehmen wir doch gerne mit habe ich nichts gegen hier sind Schraubenschüssel und da brauchen wir auch nicht ist das hier unten oh ist das ein Rezept das ich ne das habe ich schon ich hoffe ja immer noch Port Diner aktivieren na kommt jetzt mal was zu essen raus nope das ist so enttäuschend es wäre so schön wenn man hier mal irgendwas rausholen würde aber das ist natürlich nicht ganz so oh was ist das denn hier hier ist ein Safe kann man den aufmachen äh ja das ist schön gucken wir doch mal haha Kronkorken nehmen wir doch gleich mal mit super hammer naja den brauchen wir alles nicht den Rest kannst du behalten lieber safe brauchen wir nicht aber ich glaube mal ich bin jetzt hier auch wieder auf der Höhe von von Backclay oder so mal gucken ja ich bin hier irgendwie in Richtung Backclay unterwegs gewesen ach ja stimmt ich vergesse immer dass ich hier nicht schwimme sondern die Powerrüstung so schwer ist dass man auf dem Grund des Sees dann irgendwie durch die Gegend klatscht tja ihr Lieben ich würde mal sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder tut mir leid dass diese Quest nicht geklappt hat aber ich konnte das letzte Item nicht aufnehmen da klemmt halt noch irgendein Bug oder so ich muss mir das wohl einfach aufbewahren und es dann mal irgendwann abgeben wenn ja wenn es dann vielleicht gefixt ist wer weiß wäre schön gewesen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht es gut bis dahin wenn ihr selbst Fallout spielt viel Spaß und bis dann tschö